Timo und wer es nicht weiß, wir haben jetzt echte Lava. In dem Video, wo wir Lava in Pool gegossen haben, haben wir zufällig Obsidian rausbekommen. Obsidian war ziemlich porös und ist direkt in den Händen zerbröselt. Im nächsten Experiment haben wir Lava auf einen Eisblock gegossen. In diesem Fall haben wir ziemlich festen Obsidian rausbekommen. Das lag wahrscheinlich an der Kälte. Die Blasen, die rausgekommen sind, haben uns an Weihnachtskugeln erinnert. Obsidian war ziemlich stabil. Im Wikipedia steht, dass, wenn man Obsidian rausbekommen will, muss man ihn sofort abkühlen lassen. Viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben, ich soll aus Obsidian einen Schwert machen. Ach ja, Obsidian wird auch Drachenstein genannt. Bevor wir mit unserem Experiment anfangen, wollen wir was testen. Wir wollen flüssige Lava in flüssigen Stickstoff gießen. Was wird passieren? Denn flüssiger Stickstoff, der minus 196 Grad ist, wird flüssige Lava sofort abkühlen. Ich habe wieder ein paar Lava-Steine besorgt. Diese Lava-Steine werden nur vor einem Vulkan gesammelt. Solche Steine entstehen, wenn Magma aus dem Vulkan tritt und Steine schmilzt. So sieht flüssige Lava aus. Die enthält ganz schön viel Quarzsand. Aus dem Quarz kann man Obsidian machen. Diesen besonderen Stein nennt man auch Drachenstein. Urmenschen haben daraus Werkzeuge gebaut. Das krasseste ist, dass so ein Obsidian-Stück sehr, sehr scharf sein kann. Das ist echt heftig, Leute. Eine Rasierklinge ist nichts dagegen. Urmenschen haben damit Waffen gemacht. Die haben Holzpflöcke genommen und Obsidian-Steine einfach drauf gesteckt. Diese Waffen waren damals die schärfsten Waffen, was es überhaupt auf der Welt gab. So, Leute, unsere Lava schmilzt schon. Wir brauchen um die 1000 Grad, um Lava flüssig zu machen. Gegensatz zu Kupfer kühlt Lava sehr, sehr langsam ab. Ach ja, Leute, wer das Video nicht gesehen hat, wo wir auf Lava drauf gestiegen sind, ihr müsst das Video euch unbedingt anschauen. Der Stefan freut sich. So, Leute, unsere Lava ist bereits flüssig. Lasst uns flüssigen Stickstoff in eine Schüssel gießen. Ich glaube, dass das reicht, um einige Kilo Lava abzukühlen. Letztes Mal, wo ich Kupfer in flüssigen Stickstoff gegossen habe, war das ziemlich krass. Es hat gekocht und der flüssige Stickstoff war ziemlich rot gefärbt. Ich hoffe, dass ich dieses Mal ein wirkliches, echtes Obsidian rausbekomme. Ich hoffe, dass ich das Video nicht gesehen habe. Ich hoffe, dass ich das Video nicht gesehen habe. Ich hoffe, dass wir den flüssigen Stickstoff sofort verdapfen. Wir geben noch ein wenig flüssigen Stickstoff dazu, damit das Holzbrett unten nicht zum Brennen anfängt. Lava ist dieses Mal wirklich sehr, sehr heiß. Wie man sieht, der Obsidian, der draußen war, ist sofort zerbrochen und dem flüssigen Stickstoff ist er noch ganz. Ich hoffe, dass der ziemlich stabil bleibt. Wow, heftig habt ihr das gesehen? Lava hat diese Schüssel durchgebrannt und hat das Brett angezündet. Also, ich glaube, wir haben was ordentliches herausbekommen. Obsidian ist ziemlich stabil, zumindest zerbricht er nicht. Innen ist er noch richtig heiß. Von außen ist er bereits gefroren. Also, wir haben jetzt Obsidian über 20 Minuten abkühlen lassen. Ich schlage vor, wir gießen jetzt unseren Schwert da raus. Zuerst müssen wir uns aber eine Form machen. Und ja, wir werden die Form aus Sand machen. Und dazu habe ich mir so ein Spielzeugschwert gekauft. Also, so eine Form haben wir jetzt herausbekommen. Wir werden jetzt unseren Schwert da reinlegen und eindrücken. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir die Ränder abrunden. Jetzt brennen wir den Sand ab, damit er nicht am Obsidian kleben bleibt. Also Leute, wir werden jetzt Lava einschmelzen. In meinem Gefäß, wo eigentlich 10 Kilo Kupfer Platz haben, passen nur 2 so große Stücke Lava. Also Leute, lasst uns anfangen und ihr könnt jetzt abstimmen. Wenn ihr meint, dass wir es schaffen, ein Schwert zu gießen, dann schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Schwert. Und wenn ihr meint, dass es nicht funktioniert, dann schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Nicht. Aber macht das ehrlich, Leute. Schaut bitte nicht nach. So Leute, lasst uns anfangen. So Leute, lasst uns anfangen. Lava ist ziemlich unstabil, aber unser Schwert schaut eigenermaßen nachher in Schwert aus. Ein Handgriff ist auf jeden Fall zu sehen. Messerschneide ist dagegen ein wenig dicker geworden. Da habe ich zu viel Lava gegossen. Ich frage mich, ob es nachher möglich sein wird, überschüssigen Obsidian abzuschlagen. Ich habe versucht, Obsidian mit meinem Gasbrenner zu schmelzen, aber es funktioniert nicht. Für Obsidian braucht man viel, viel höhere Temperaturen. Also wir kühlen ihn jetzt ab. Dazu nehmen wir flüssigen Stickstoff. Wir gießen bereits schon die zweite Schüssel, aber unser Schwert ist immer noch sehr, sehr heiß. Innen drin leuchtet er sogar leicht rot. Also wir kühlen ihn ab und machen ihn damit ziemlich fest. Ich will ihn nämlich nachhinein spitzen. Also Leute, es sind bereits 10 Minuten vergangen und wir haben 4 Schüsseln flüssigen Stickstoff drauf gegossen. Aber wir haben ein Problem. Ein Stück von dem Griff ist leider abgebrochen. Also wir heben ihn vorsichtig hoch. Eigentlich ist er schon stabil, aber der Schwert ist wirklich heiß, Leute. Flüssiger Stickstoff hat sogar Sand eingefroren und Lava konnte er aber noch nicht abkühlen. Ach ja, Leute, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Obsidian kühlt sehr, sehr langsam ab und zerbricht dabei. Schaut, was ich rausbekommen habe. Aus dem Riesenschwert ist so ein kleines rausgekommen. Er ist immer noch richtig, richtig heiß, Leute. Man spürt das durch die Handschuhe. Wir sind zwar schon zufrieden, dass der nicht in den Händen zerbricht, aber es ist immer noch keine Lösung. Ich habe leider keinen flüssigen Stickstoff mehr gehabt. Vielleicht brauche ich mehr flüssigen Stickstoff. Oder wir kühlen Obsidian irgendwie anders ab. Wer weiß es, Leute? Schreibt mir in die Kommentare. Ach ja, Leute, den Stück Obsidian, wo wir im flüssigen Stickstoff eingefroren haben, ist auch zerbrochen. Aber mit Hilfe von einem Vorschlaghammer. Ach ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Unterstützt mich mit einem Like. Und ich sage es euch, wenn wir 5000 Likes sammeln, dann werde ich einen Schwert aus glühendem Kupfer gießen. Schreibt mir in die Kommentare, welches Essen ich auf Lava zubereiten soll. Die besten Kommentaren kommen in das nächste Video. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.